Hallo, ich komme aus Niederösterreich, also ich bin dort aufgewachsen, wohne jetzt in Lausanne und fokussiere mich seit dem Vorjahr mehr oder weniger auf Einzelzeiten. Also ursprünglich eigentlich über Radmarathons und bin dann in ein paar Elite-Rennen reingeschnittert, wobei mir der Peloton-Aspekt nicht so viel Spaß macht, aber Rennleistungsmäßig war ich halt gut dabei, also dass ich dann irgendwie immer wieder zurückgekommen bin zum Rennen fahren. Also, ehrlich gesagt, rein leistungsmäßig fand ich mein Rennen bei der WM in Yorkshire beim Einzelzeitfahren am besten, auch wenn das vielleicht platzierungsmäßig nicht so rüberkam. Und ich bin auch recht stolz auf die zweite Etappe bei der heurigen Tour de La Desch, wo ich eigentlich, denke ich, von den Beinen her sozusagen die stärkste war wahrscheinlich. Ja, es war einfach super, da mit den Besten eigentlich mitzufahren. Ja, mir gefällt das sehr gut, also natürlich bin ich jetzt nicht so die Kampfmaschine im Flachen, aber er ist relativ gerade, also nicht so technisch, was mir auch gut liegt und am Ende gibt es doch ein paar kurze Fügel. Ja. Vielen Dank.